Es wird Unterricht geben, das ist meine Letztauskunft. Also das stimmt nicht, was der Landeshauptmann jetzt gesagt hat. Oh ja, das widerspricht ja dem nicht. Der steht sehr unter Druck, der kann auch einmal einen Fehler passieren. Das können wir jetzt nicht stehen lassen. Da muss ich jetzt einmal Ihren Koalitionspartner fragen, ob das für Sie ein Widerspruch ist, weil Sie das ja mittragen müssen. Ich sehe jetzt nicht per se einen Widerspruch. Die Frage ist, wie wird dieser Unterricht eben dann abgehalten? Entschuldigung, wenn Sie keinen Widerspruch sehen, muss ich jetzt wirklich noch einmal nachfragen, weil manchmal zweifle ich dann vielleicht auch an mir. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Schulen haben offen für Betreuung und lernschwache Kinder und können Distance Learning einführen, so wie wir das manchmal hatten. Der Unterrichtsminister hat in einem Schreiben an die Schulen vorweg geschrieben, und zwar dezidiert, es wird eben gerade kein Distance Learning geben, weil es Präsenzunterricht gibt. Das heißt, als Elternteil, wenn es kein Distance Learning gibt, muss ich mein Kind in die Schule schicken, sonst hat es keinen Unterricht. Es gibt auch Lernpakete. Aber das ist doch kein Präsenzunterricht, ein Lernpaket.